Jawohl. What? Okay. Ach scheiße, was war das denn? Oh kacke. Sehr schön, sehr schön. Schon gleich hochgesprungen, weil ich mir schon dachte, was kommt. Oh, ne. Willst du? Hm, ne, nicht wirklich. Ich glaube, der flach kommt in dem Weg. Was war da drin? Damit hab ich nicht gerechnet. Schade. Kannst du? Ja? Ah. Oh Gott, ich versuch über Bandle. Der war nicht so toll. Geht nicht. Aber knapp. Hab nicht mehr viel Boost. Sieht so aus. Ist das hier so ein bisschen eisig oder sieht das bloß so komisch aus? Bei dem blauen? Ja doch, die müssen. Oh. Pass. Oh ne, oh ne. Halten auf. Schön. Als wenn du dein schuh Done komplett wegschmeißt uy. Ey. Ach du Scheiße. Oh Mann. der abfaller gegen die wand der war ist einfach nebel hier wahrscheinlich das kann auch sein november nacht mitte ja da kommt ja wirklich gut und deswegen sehr schön ich nehme kein boost mehr ich komme hinterher bin mit ich durchgehen ich gehe das wäre jetzt wieder so unfair gewesen scheiße wieso kriege ich ihn denn nicht also ich kriege die karte nicht zur seite ich kapiere es einfach nicht wir nehmen doch mal scheiße so hätte ich noch sagen soll nicht fahrer war und jetzt drin was eine rettungstat was eine rettung hat das war krass alter habe ich mal jetzt immer ein stück voraus ich gehe sehr gut man auch ja genau machen ja geil martico sehr gut habe ich diesmal nicht über mich drüber gut dass der in mich reingefahren ist ja scheiße ich habe weiter ich konnte auto nicht drehen ok alles klar wieso mache ich nicht den power ich vergesse das denn immer wieder echt erbärmlich ja genau ja genau habe ich scheiße ich bin dabei daran gegangen und er geht ja er trifft natürlich auch genau so ein quatsch so ein quatsch so ein quatsch so ein quatsch trick oh okay das bringt natürlich gar nichts kleiner dämpfer so ein quatsch so ein quatsch ich habe nichts mehr so ein quatsch ich habe keine so ein quatsch aber ich habe keine so diamant 2 ernsthaft das ist genau wie das mann scheißegal wir waren ja zum ende nicht mehr so gut aber kommen wir haben drei verloren oder so eigentlich haben wir das meiste ich hätte mich raus haben meine güte was soll das denn das kann nicht wahr sein neben sorry oder so habe ich ich fahr ah Mist wie er da in flogen kommt aber habe ich Mist tschön kein boost mehr hab ich shit wo das war knapp frei den kriegen sie noch nicht er fährt nicht hin auf jeden Fall knapp Mist oh fuck hab ich hab ich ganz okay trau mich nicht Nein der hat mich weggebummst oh jute 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 Alter ich war da einfach da das war so lucky Scheiße Nein hab ich jetzt boost geholt hab ich hab ich ah dann bist du gleich weg ja Mike ab hey das se Mann, ah, fuck. Nein. Schön. Oh, Mann. Hätte ich angaben müssen. Ich hab's doch keinen Boost. Ach, das gibt's doch nicht. Und zack. Kommen wir hier aber auf den Deckel, ey. Die gute Quote wieder hinüber. Oh. Scheiße, Mann. Ja, eins auf. Das ist doch ein Quatsch, Mann. Ich war noch da. Ich dachte schon wieder das nächste, ey. Ja, das Dach nicht hoch. Die sind wieder vorne, ey. Wir müssen uns angreifen. Oh Gott, nicht richtig hier drauf. Ja, du machst ihn. Da, 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 da. Okay. Schön. Schön. Ich hab nicht der, da, da, da. Ich hab nicht der, da. Ich hab nicht der. Oh Gott, die steht beschissen. Beschissen. Ja, die können uns hier mal richtig... Gegentore zählen ja nicht, ist ja egal, oder? Von daher... Hoi! Da ist er vorbeigefohlen. Mann, ey, genau! Wenn's jetzt ab Tausende gelohnt gehen würde, würde ich schon abbrechen. Ich gönne nicht. Juch, jetzt bist du raus heute. Hallo? Wat? Jetzt bist du raus, oder wat? Nö. Warte noch nicht. 2, 3, eh noch. Okay.